Andreas und wir haben heute einen Kommentar gehört von jemandem und er hat einen Satz gesagt, der wirklich bei uns beiden reingegangen ist, nämlich da ging es um Herrn Scholz und der Satz lautete, als wäre er gecastet, den deutschen Niedergang zu verkörpern. Ja und das ist eigentlich ideal formuliert. Herr Scholz hat es ja geschafft, das marode Gleisbett, welches, um mit einem Zug das Ganze mal zu vergleichen, durch die Vorgängerregierungen von Frau Merkel, die schon im Prinzip marodiert und erodiert wurden, jetzt den Zug Deutschland entgleisen zu lassen. Und diese Entgleisung des Wirtschaftszuges und auch des politischen Zuges, dieser gesamten Strukturen, für die Deutschland ja mal bekannt war und auch angesehen war, dieser Zug ist komplett entgleist und rumpelt nun neben der Spur irgendwo ins Nirwana. Und wenn ich dann sehe, dass ein Herr Scholz dort, wie gesagt, vor der UNO-Lehrversammlung steht, das kann man wirklich so sagen, keiner dabei ist. Es interessiert sich auch keiner. Und man steht dann teilweise nur noch fassungslos da und kann gar nicht nachvollziehen, wie dieser Mann dort die Abwicklung Deutschlands bekannt gibt. Ein Land, welches sich gerade verabschiedet aus der Wirtschaft, aus der Ökonomie, die Menschen in Panik, in Angst immer mehr geraten. Und er dann sagt nach dem Motto, wir fühlen uns verantwortlich. Ich meine, Deutschland ist der größte Finanzier der UN. Er ist einer der größten Finanzier der gesamten Weltbanken, IWF und so weiter, WHO und so weiter. Das sind alles die Dinge, die nur so rausgehen. Die Milliarden werden rausgebuttert deutscher Steuergelder, während das eigene Land dabei an die Wand gefahren wird. Das hat er hervorragend verkörpert wie kein anderer. Und es ist eigentlich nur noch erschreckend. Selbst die anderen 192 Länder wollten sich dieses Elend offenbar gar nicht antun und sind dann lieber gegangen. Die Ursachen, wie überhaupt diese Zusammenhänge entstehen konnten, dass ein Land abgewickelt wird, das geht noch bis in die Kohl-Ära rein, das geht bis in die Helmut-Schmidt-Ära rein. Bloß diese kleinen Anfänge, die spürt man bei einer Exponentialfunktion eben halt wirklich nicht. Und das Problem ist die systemische Korruptionsanfälligkeit, die in den gesamten Parlamenten letztendlich eine logische Konsequenz sind. Und die müssen mal bei Namen genannt werden. Ich habe da ein sehr brisantes Interview, nicht Interview, sondern ein sehr brisantes, einen Aufsager dazu gemacht gewissermaßen. Einen kleinen Vortrag, der dauert nur 18 Minuten und der kommt am Wochenende raus. Und da geht es um das Abschaffen der Parteien im Parlament. Nicht das Abschaffen der Parteien an sich, sondern in den Parlamenten. Hochbrisantes Thema. Andreas scheint ja dann ganz schnell, aber auch ganz nachhaltig, den Charakter der einzelnen Spieler ordentlich zu verderben. Ja, man kann wirklich wissenschaftlich und auch geistig ableiten die Entmoralisierung, also die Erosion von Moral und Ethik, die die logische Folge ist. Aber die Parteien abzuschaffen wäre der falsche Weg, weil es ist ein Grundrecht, dass Menschen sich vereinigen wollen mit bestimmten Themen, ob sie nun wandern gehen wollen oder einen Reitclub machen oder golfen. Das ist eine natürliche Entwicklung, die die Menschen haben. Und es ist auch ein Grundrecht, sich zusammenzutun. Die Frage stellt sich, inwieweit ist es lösbar, Parteien weiterhin zu behalten? Und die Lösung ist ganz einfach, indem sie lediglich nicht mehr in den Parlamenten sein dürfen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da wird der Schwerpunkt drauf liegen, wie könnte man eine Republik aufbauen, die tatsächlich den Menschen dient. Durchaus möglich sogar mit Parteien, die dann sogar eine sinnvolle Arbeit machen. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds in NRW, der sagt, die chronische Unterfinanzierung und die Vielzahl an Krisen nehmen uns die Luft zum Atmen. Und die entscheidende Aussage ist, der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Land steht auf dem Spiel. Und wenn wir die gesamten Dinge in den letzten Jahren ganz sauber analysieren, stellen wir fest, dass alles darauf hinläuft, dass genau das auch passieren soll. Es soll kein kommunales Selbstverwaltungssystem sein, sondern ein zentrales. Und das ist eben halt der Sozialismus, den wir kennen aus der DDR, aus der Sowjetunion. Und wer hätte je gedacht, dass diejenigen, die meinten, die hätten die Sowjetunion besiegt und der Kapitalismus hätte gewonnen, dass genau das Gegenteil jetzt deutlich wird, wer gewonnen hat. Ein neuer Sozialismus kommt. Und hier sehen wir eben den Zusammenhang, dass der große Staat, der Zentralismus, nämlich aus Berlin, die Kommunen in diese Situation reindrängt, nämlich jetzt sogenannte Geflüchtete oder man kann es auch einfach Einwanderer nennen im Rahmen des Migrationspaktes. Und dass die dann quasi dafür aufkommen müssen, obwohl sie sie nie bestellt haben. Sondern das ist ja letztendlich aus der großen Politik angeordnet worden. Und dass damit eine Abhängigkeit entsteht, indem man sagt, ja, aber ihr müsst uns jetzt unterstützen. Und jetzt kommt die Unterstützung dann aus Berlin oder aus den Quellen, die da drüber liegen, wie auch immer. Und das bedeutet eine Enteignung der Selbstständigkeit der Kommunen. Das ist der eigentliche Grund und das Ziel, das man hier ableiten kann. Ja, das sagt der Herr Rotemeyer auch. Also das ist die chronische Unterfinanzierung und eben, das ist fast diese hybride Kriegsführung. Er nennt es die Vielzahl an Krisen, die ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Und er sagt, wenn Bund und Länder nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremst in die Handlungsunfähigkeit. Was würde das bedeuten? Naja, die Regierungsunfähigkeit, die haben wir ja bereits. Schon eigentlich seit letztem Jahr wissen wir, dass die Regierung nicht mehr regierungsfähig ist, auch nicht mehr in irgendeiner Form sachlich noch fundiert Entscheidungen trifft, sondern das Unternehmen Deutschland entgleisen lassen hat. Das ist die Situation. Aber jetzt kommt eben halt noch die Situation, nämlich der komplettigen Handlungsunfähigkeit. Denn wenn eine Regierung nicht mehr regierungsfähig ist, dann bedeutet das ja nicht, dass automatisch die gesamten Strukturen in Politik und Wirtschaft nicht mehr funktionieren. Wir haben das in Italien immer gesehen, wenn regelmäßig die italienische Regierung ausgefallen ist. In den Zeiten, wenn man regierungslos war, da lief es im Allgemeinen ökonomisch immer am besten. Aber jetzt haben wir eben halt auch eine Handlungsunfähigkeit, weil die Regierung eben nicht nur nicht mehr regiert, sondern in eine Richtung der Zerstörung aktiv ist. Das ist ja der eigentliche Punkt, den ich hier rein interpretiere. Ja, mich macht das etwas besorgt, wenn ich höre, wenn ich also höre, dass solche Menschen hier bereits von einer Handlungsunfähigkeit sprechen und wirklich Alarm schlagen. Aber es ist ja ein großer Unterschied zu der Zeit, als Italien beispielsweise monatelang keine Regierung hatte, Andreas. Da gab es zwar auch schon Zuströme von Migranten, aber es war alles noch unter Kontrolle. Während wenn jetzt irgendwie die Gewerke ausfallen würden, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das im Einzelnen aussehen könnte. Ja, das ist die Situation. Die Menschen werden das wahrscheinlich zu großen Teilen erst dann gewahr, wenn die Sozialhilfe nicht mehr kommt oder wenn irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen nicht mehr kommen, wenn irgendwelche Mietzuschüsse nicht mehr kommen, die Sozialleistungen oder die Renten nicht mehr ausgezahlt werden können, weil die Infrastruktur zusammenbricht und man das nicht mehr packt. Und wenn dann plötzlich diese Punkte erreicht werden, erst dann werden die Leute feststellen, ui, ich glaube, die Rechten, die sind gar nicht das Hauptproblem, was wir haben, die uns ständig als Angstmachend vorgeführt werden, sondern wir haben ganz andere Probleme und die sitzen eventuell sogar in Berlin oder noch darüber. Und jetzt plant die Regierung aber, den Mehrwertsteuersatz auf Gas und Fernwärme zum Jahreswechsel, also haben wir gerade noch ein Vierteljahr, wieder anzuheben. Und Wolfgang Büchner, das ist der Regierungssprecher, der sagt, glücklicherweise haben sich die kriegsbedingten Preisspitzen an den Gasmärkten inzwischen gelegt. Wir sind wieder auf einem Normallevel angekommen, schneller als man es annehmen konnte und obendrein sei ja die Steuersenkung von Anfang an nur als kurzfristige und nie als dauerhafte Entlastung gedacht gewesen. Ja, das ist schon im Prinzip wirklich eine Verachtung der Bürger, wenn man sowas hört. Wenn wir wissen, dass im Jahre 2021 die Kilowattstunde des Gases gekostet hat, ungefähr sechs Cent, heute bei circa zwölf Cent. Hier von einem normalen Niveau der Gaspreise zu sprechen, ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Und wenn man jetzt sieht, dass aufgrund der Erhöhung von sechs auf zwölf, das ist also eine Verdoppelung letztendlich der Preise, jetzt die Mehrwertsteuer weiter in der vollen Höhe reingezahlt wird, dann bedeutet das, dass der Staat sich bereichert an der Verelendung der Menschen, die sich nicht einmal mehr ihre Wärme leisten können. Denn doppelte Gaspreise bedeutet auch der doppelte Betrag, wo die Mehrwertsteuer fällig wird. Würde man die Mehrwertsteuer halbieren, dann würde Deutschland immer noch dieselben Mehrwertsteuereinnahmen in absoluten Zahlen erreichen, weil ja die Preise so hochgegangen ist. Aber nein, man nimmt dieses Geld auch noch mit und zieht die letzten Kröten noch auf Kosten der Erfrierungen, die irgendwann drohen, im Prinzip aus den Taschen der Bürger.